Voran! Vielfalt der Säugetiere Stell dir vor, wie ein hungriger Tiger in der Dämmerung durch den Urwald schleicht, verstohlen pirscht er sich an ein Beutetier heran. Schon hast du ein Säugetier in seinem Lebensraum vor Augen. Es gibt rund 4000 verschiedene noch lebende Arten von Säugetieren. Manche sind wilde Jäger, wie der Tiger. Andere klettern mit Leichtigkeit auf die Bäume, graben sich tief in die Erde, schwimmen elegant im Meer oder fliegen sogar durch die Luft. Säugetiere kommen in allen Klimazonen, vom Eismeer bis zur Wüste vor und begegnen uns in allen möglichen Größen und Formen, von der winzigen Spitzmaus bis zum gigantischen Blauwan. Fledermäuse, Hasen, Nashörner und Elefanten und Affen gehören ebenso zu dieser Gattung wie die meisten unserer Haus- und Nutztiere. und nicht zu vergessen der Mensch. Okay, kannst du beenden, Schatz?